gegenüber dieser Kirche wird. Sie sagten gerade, die Liebe ist das vielleicht wichtigste Attribut Gottes, aber wir lesen ja auch von einem strengen Gott, von einem strafenden Gott, sogar von einem eifersüchtigen Gott. Wie passt das zusammen? Ich glaube, dass Gott in der Offenbarung einfach sein Sein übersetzt in Beziehung. Also wenn Gott gut ist und er hat alles gut geschaffen, weil er in sich gut ist. Er hat diese Welt geschaffen, aber auch um ihr Anteil zu geben an seiner Güte und speziell den Menschen geschaffen, um ihm die Möglichkeit zu geben, so zu lieben, wie er liebt. Und er hat ihm deshalb Freiheit gegeben. Wo die Welt, wo der Mensch sich im Defizit gegenüber diesem Wesen Gottes verhält, gegenüber der Güte, da kann Gott nicht anders, als im Widerspruch dazu zu sein. Wir nennen das dann den Zorn Gottes, beziehungsweise die Bibel spricht vom Zorn Gottes, dass Gott die Sünde, bitte immer aufpassen, Gott hasst die Sünde, aber schon im Alten Testament, er liebt den Sünder. Er möchte, dass der Sünder sich bekehrt eben. Also Gott ist vom Sein im Widerspruch eben jetzt zum Bösen, zum Defizitären, zum Falschen. Und das ist gut vereinbar dann damit. Auflösen tut sich das Ganze erst in der christlichen Offenbarung, wo Gott dann diesen Widerspruch in sich selbst auflöst, indem er die Sünde ausleidet, indem er den Sünder liebt am Kreuz. Also wo er gleichsam das, was er von seinem Sein an Aversion der Sünde entgegenbringt, auf sich nimmt und es als Leiden austrägt und in der Welt zeigt am Kreuz, weil er den Menschen als Menschen liebt und gerecht machen möchte. Es gibt ja auch Parallelen zu Angaben.